Wisst ihr, was mir super gefällt? Bene, das Magazin des Bistums Essen, hat schon 500 Likes auf Facebook innerhalb weniger Tage. Wir haben unglaublich viele nette Zuschriften bekommen über Facebook, über E-Mail, auch Briefe. Wir danken euch ganz, ganz herzlich, dass ihr so daran teilnehmt und arbeiten weiter für euch mit Feuereifer an der nächsten Ausgabe. Danke!